Nochmal wegen dem Vorstellungsgespräch, ne? Weil diese Benjamin Schwarzwömer... Kamel? Ich kann da trainieren. Kamel, ich dusche gerade. Ja, ich weiß. Also wenn sich einer damit auskennt, dann... Ich bin so oft gefeuert worden, ich bin ja quasi Dauerbewerber. Sie wär auf jeden Fall nicht so blöd und würde einen Schnaps kippen. Das stimmt. Okay, zum hundertsten Mal. Sie hat den mir selber angeboten. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass 80% der Sympathiewerte bei der Begrüßung entstehen. Ich leg ja immer mein engagiertes Lächeln auf. Ja, aber ich bin einfach nicht gut da drin, mich bei irgendwelchen Schleimern anzubiedern. Das ist aber nur außen. Innerlich bin ich wie tot. Scheiße. Ich hab Schiss, okay? Ich bin unterqualifiziert und dumm. Und in der Schule hab ich nur Mist gemacht und gekifft. Mein Muschelchen. Jetzt mach doch mal keine Sorgen, ja? Das ist nur der bipolare Hut, der aus dir spricht. Das haben wir alle in der Familie. Wie schaffst du das? Na, wie geht's in unserer Schnapsdrüse? Ich konnte es nicht wissen. Sie war ja vorher reich. Hey, das ist Annabels Zahnbürste. Echt? Die benutzt schon die ganze Zeit. Okay. Seht ihr nicht, dass ich hier dusche? Ja. Wir sind nicht blind. Mach mal ein bisschen schneller. Ich will auch noch mal. Ja. 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 Ja.